Liebe Mutti, bitte glaube mir, dass alles geschieht jetzt nur wegen dir. Zu deinem Festtage wollte ich ein Frühstück servieren. Und bitte glaub mir, die Küche nicht runieren. Ich glaube, der Gaswert war defekt. Mir hat sie viel geschreckt, das Frühstück und die Küche, die sind jetzt weg und schreck, und schreck. Mutti, ja, ich bin jetzt zwar der Küchentieb, aber ich hoffe, du hast mich, da hat sie es im Nachhinein. B.S. Liebe Mutti, vergieß die Küche und sporte die Nervenzusammenbrüche. Liebe Mama, alles Gute zum Muttertag.